Ich war zwei Jahre in Sambia missionarisch tätig und weil ich unbedingt zu weitermachen will, bin ich genau hier. Mir gefällt ganz besonders gut an der ITA eben, dass sie so interkulturell und praktisch ist und auf Mission ausgerichtet. Ich bin spät berufen hier an der ITA, habe die auch noch mal ergriffen, mit Mitte 40 noch mal neu zu starten, mit meiner Frau zusammen und bin gespannt, wo er mich noch gut hinberuft. Ich feiere unsere Dozenten, ich feiere die Praxis, Nähe und einfach auch die Gemeinschaft mit den Studenten, was einfach die ITA beinhaltet. Ich feiere unsere Dozenten!